Moin! Ich dachte, ich stimme euch mal alle ein bisschen auf Weihnachten ein. Und wir packen zusammen gleich, dazu muss ich das Video noch umbauen, Adventskalender. Ja, und wie packe ich meine Adventskalender? Tütchen, Nummern. Die brauche ich nachher zum Aufhängen und kleine, schnucklige, handgefärbte Stränge. Die Nummer zwei. Die fünf. In England gibt es übrigens Adventskalender. Die haben nicht 24 Tage, sondern 25 Tage. Das habe ich gelernt. Und ich habe noch gelernt, dass es in den USA normal ist. Adventskalender mit zwölf Tagen. Fragt mich aber nicht, warum. Das weiß ich nicht. Hier oben ein bisschen freilassen. Klappen, wir klappen das ja um. Mittig, circa die Hälfte. Jetzt knistert das. Das strenglein da rein. Zuck, fertig. Zuck, fertig. Immerhin. Zuck, fertig. Dann geht's.